Wir sind zum ersten Mal unterwegs in Polen mit dem Wohnmobil und fahren über Landstraßen zur Ostsee zum slowinzischen Nationalpark mit einem wunderschönen, bemerkenswert großen Dünngebiet. Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Genau, wir melden uns aus Weber. Das heißt eigentlich geschrieben L-E-B-A. Das L hat ein Strichdurch. Strichdurch heißt. Irgendwie wird es dann ausgesprochen wie ein W. Genau. Und das liegt an der Ostsee. Wir waren vorhin schon gleich. Super Wetter. Es ist fast schon wieder zu warm. Und es ist ein Seebad, aber es ist nicht mehr allzu viel los jetzt hier. Aber es sind immer nur Leute da, die ins Wasser gehen. Genau. Und wir waren vorhin dann an der Mole. Sehr schön gewesen. Und man konnte direkt rüber zu dem Hotel Neptun gucken. Wo ich glaube, es war im Jahr 2000. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ich meine, es war später, aber wir gucken mal nach. Wir schreiben es unten hin. Ja. Genau. Da wurde zum Teil Ephibris am Strand gedreht. Große Kinoproduktion. Genau. Und das Hotel war im Hintergrund zu sehen. Das sieht sehr schön aus, das Hotel. Ja. Ja. Und nachher, weil es ja so super ist. Ein paar Wölkchen sind zwar jetzt da, aber egal. Die gehen bestimmt weg. Gehen wir denn heute Abend an den Strand zum Sonnenuntergang. Das war in der Hoffnung, dass wir da schöne Aufnahmen machen können oder schöne Stimmungen. Schauen wir mal. Ja. Und morgen früh werde ich ganz wohl aufstehen und mit dem Fahrrad acht Kilometer weiter fahren. Zur wunderbaren und ganz bekannten großen Wanderdüne. Also ich begebe mich dann in die polnische Sahara. So habe ich gehört. Nennt man das auch. Und bin schon ganz gespannt und aufgeregt, wie das wohl wird. So viel Sand. Letztendlich sind die Temperaturen gerade wirklich fast wie in der Sahara. Der Wind geht zum Glück. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht auszuhalten. Ja, genau. Und Silvia kann da leider nicht mitkommen. Egal. Egal. Ich gucke mir dann den Film an. Aber alles andere machen wir mal zusammen. Genau. Gut. Ja, dann viel Spaß beim Zuschauen. Viel Spaß beim Video. Genau. Film ab. Wir schauen nochmal auf der Karte, wo wir eigentlich sind. Wir fahren über Landstraßen in Richtung Danzig, biegen bei Leborg ab Richtung Weber. Hier der kleine Ort. Da liegt etwa unser Campingplatz. Und am nächsten Morgen ging es für mich acht Kilometer mit dem Fahrrad zu diesem wunderschönen Dünen-Gebiet. Moeba ist eine Kleinstadt. Ein Badeort. Und auch im September war hier noch einiges los. Das Wetter war ja super. Und es ist ein bisschen trubelig dort. Man kann viele Dinge kaufen, die man vielleicht gar nicht braucht. Man kann einkehren und einfach die Stimmung eines Badeortes genießen. Die Besiedelung dieser Gegend geht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Und zum Seebad wurde Weber im Jahr 1862. Der preußische König gab damals einen großen Hafen in Auftrag. Und zusammen mit einer Bahnlinie, die gebaut wurde, erlebte Weber einen industriellen Aufschwung, der sich ja einigen Wohlstand in die Gegend brachte. Hier die Ausfahrt des Hafens zur Ostsee, ein paar Fischerboote und einige Angler an der Mole. Dieser Schwenk zeigt uns nochmal die Ausfahrt des Hafens und einen Augenblick noch. Und dann wird links gleich ein Bauwerk auftauchen, das um 1900 als Kurhaus Leber gebaut wurde, dann zum Hotel Neptun wurde. Und im Jahr 2009 spielte dieses Gebäude eine Rolle in der Neuverfilmung Effi Briest als Hintergrund. Abends konnten wir uns dann über eine wunderbare Stimmung an der Ostsee freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am nächsten Morgen ging es für mich ganz früh los mit dem Fahrrad in den Slowenzischen Nationalpark. Hier auch an der Ostsee. Wunderbar leere Strände, tolle Stimmung. Ja und dann die Dünen. Hier ging es hoch durch ganz weichen Sand. Die Dünen sind bis zu 42 Meter hoch. Und man nennt dieses Gebiet nicht ohne Grund die polnische Sahara. Sand, soweit das Auge reicht. Die Lonske-Düne ist die größte Wanderdüne an der Pommerschen Ostseeküste. Wie gesagt 42 Meter hoch. Und das ganze Dünengebiet umfasst eine Fläche von 500 Hektar. Die Lonske-Düne ist die größte Wanderdüne. Die Lonske-Düne ist die größte Wanderdüne. Hier ein Blick auf den riesigen Websco-See. Das ist ein Strandsee mit einer Ausdehnung von 75 Quadratkilometern. Er ist bis zu 5 Meter tief und hat in seiner Längenausdehnung 16 Kilometer. Die Lonske-Düne ist die größte Wanderdüne. Die Lonske-Düne ist die größte Wanderdüne. In Weber gibt es mehrere Campingplätze. Wir haben uns davon ausgesucht Camping 21 Morski. Dieser Platz liegt wirklich sehr schön. Er ist schön und ordentlich gestaltet. Viele Blumen, viel Grün. Ihr könnt an verschiedenen Plätzen stehen, zum Beispiel schattig unter Kiefern, wie hier. Oder auch etwas freier, wenn ihr Wert auf Sattempfang legt, hier an dieser Ecke zum Beispiel. Ein wirklich schöner Platz. Und das war unser Areal ausreichend vom Platz her. Jeweils für zwei Stellplätze gibt es einen Wasseranschluss. Ihr habt es also nicht weit. Stromanschluss ist obligatorisch. Das ist ein Waschraum und die Toiletten. Und da bitte achtet mal auf diese Rolle links, denn das ist Toilettenpapier. Wenn ihr auf die Toilette müsst, dann müsst ihr euch unbedingt hier Toilettenpapier mitnehmen. Denn in der Toilettenkabine hängt keins mehr. Haben wir so noch nie gesehen, aber man lernt ja nie aus. Eine kalte Dusche unter freiem Himmel. Wer das mag, sowas gibt es auch. Die Waschbecken unter freiem Himmel zum Geschirr abwaschen. Alles da. Ver- und Entsorgung, sogar in deutscher Sprache. Ein Grillplatz oder Feuerplatz. Und es gibt sogar Trimmgeräte, wie diese hier. Da könnt ihr also was fürs körperliche Wohl tun, wenn ihr unbedingt möchtet. In Polen gibt es kein Pfandsystem. Deswegen gehören eure Mineralwasserflaschen, Bierflaschen, Bierdosen hier in diese Mülltrennungsgeschichte. Also wir würden euch raten, euch unbedingt auch in Polen an der Mülltrennung zu beteiligen. Ja, und uns hat es auf diesem Campingplatz wirklich sehr gut gefallen. Wir können ihn nur empfehlen, wenn ihr also mal in dieser Gegend seid, Camping Morski in Weber. Und ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über jeden Daumen nach oben freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Und das Glöckchen nicht vergessen. Und Kommentare. Und Kommentare. Und darüber freuen wir uns immer. Wir können doch Fragen stellen. Genau, ja. Wäre auch mal eine Idee. Okay. Würden wir uns freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.